Okay, verstehe ich das richtig. Ich gebe ihr also die erste Pille und warte, bis die Blutung anfängt. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann gebe ich ihr die zweite und die stoppt die Blutung wieder. Genau. Wie soll ich ihr denn zwei Pillen unterjubeln, ohne dass ihr was merkt? Dann lass dir was einfallen. Ich verpasse heute Abend die erste und dann werden wir irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau mich nicht so an. Ich versuche dir nur zu helfen. Du sagst mir nie mehr, was ich zu tun habe. Was ist das? Es ist genau das, was die wollen. Was redest du da? Oh, wenn wir die Sache nicht gemeinsam zu Ende bringen, haben wir keine Chance. Es ist nicht meine Schuld, dass es vorher schiefgegangen ist. Deshalb darf jetzt nichts mehr daneben gehen, klar? Ich weiß nicht, ob ich dir noch vertragen kann. Ich glaube nicht, dass du eine Wahl hast. Oh, gut. Oh, gut. Oh, shit. Oh, gott. Oh, Opt! Oh, shit. Oh, Mann. Oh, ça allein war mir nicht mehr. Oh, shit. Untertitelung des ZDF, 2020